Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Der König der Versterben anzunehmen bei Lagnus, in der Sturmgipfel an dieser Position. Vor Quest war Hilfe von der Forscherbliger. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5. Das Video sollte euch aber auch helfen können in VTLK Classic. Ganz einfach, man muss sich hin und die Quest ist abzugeben bei Jörg Sturmherz in der Sturmgipfel an dieser Position. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnier Knopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg.